Hallo, ich bin Julia. Und ich bin David und wir melden uns heute aus dem Homeoffice. Du Julia, ich mache es mittlerweile ganz vorbildlich und hänge an jeder Einladung, die ich rausschicke, auch direkt ein Teams-Meeting an. Was ich mich aber frage ist, kann denn dann auch wirklich jeder problemlos an diesem Meeting von überall aus teilnehmen? Ja, das ist ein wesentlicher Vorteil von Teams, dass ich an einem Teams-Meeting sowohl intern als auch extern teilnehmen kann, ohne dass ich den Teams-Klein selbst installiert habe. Und wenn du willst, kann ich sehr gerne auf meinem PC zeigen. Ja, sehr gerne. Also wir haben hier jetzt eine Kalendereinladung und ich klicke jetzt auf Teams-Meeting teilnehmen. Und ich werde hier jetzt schon gefragt, will ich die App herunterladen und installieren oder will ich über den Browser teilnehmen? Und ich entscheide mich jetzt, über den Browser direkt teilzunehmen. Und jetzt ist es so, wie man sieht, ich muss keine weiteren Dinge installieren und kann mich direkt einwählen und kann direkt am Meeting sowohl mit Video als auch mit Audio teilnehmen. Das heißt, ich muss wirklich gar nichts an meinem Computer verändern, nur um an einem Meeting teilzunehmen? Genau, richtig. Und das funktioniert sowohl für interne als auch für externe Meeting-Teilnehmer. Super. Und wenn ich jetzt mobil unterwegs bin und irgendwie nur ein Smartphone oder ein Tablet oder sowas zur Hand habe, wie funktioniert das dann da? Da funktioniert es genauso. Ich zeige dir das mal hier ganz kurz. Klar, gerne. Du kannst jetzt hier mein Handy sehen und ich gehe jetzt in meine Outlook-App, weil dort die Kalendereinladung ist. Und auch hier kann ich jetzt ganz einfach sagen teilnehmen und schon komme ich in das Teams-Meeting. Hier ist es jetzt in der Teams-App, aber es würde genauso eben auch über den Browser funktionieren, der auf meinem Tablet, Smartphone installiert ist. Das heißt, ich kann jetzt hier teilnehmen und ich muss mir als Einladender keine Sorgen mehr machen, wie sieht jetzt ganz genau die Umgebung aus, die jeder Teilnehmer dieses Meetings zur Verfügung hat. Super. Das freut mich zu hören, dass meine Sorgen total unbegründet waren. Gerne. Und weitere Tipps gibt es in den Videos.